Ist es wirklich möglich, nur durch SBCs zum Coins-Millionär zu werden? Wir machen den ultimativen Test. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zum Doppel-Upload und zu einem neuen Projekt, was wir angehen werden. Ihr kennt es schon von den letzten Jahren, SBC-Account. Lohnt er sich, ja oder nein? Nein, beziehungsweise schaffen wir es nur durch SBCs, durch Packlack, zum Coins-Millionär zu werden? Über oder innerhalb von FIFA 20? Das ist die ganz große Frage. Zu allererst, erstmal würde ich mich freuen, wenn ihr auf die Serie gehypt seid, wenn ihr Bock auf die Serie habt, wenn ihr kleine Tricks und Tipps vielleicht zu SBCs immer wieder bei diesen Serien bekommen möchtet. Wenn ihr den ganzen Spaß supportet mit einem Daumen nach oben, lasst gerne ein kostenloses Abo. Da vielleicht fangen wir ja an bei der ersten Folge mit 3000 Daumen nach oben. Ich würde mich persönlich riesig freuen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Video wird unterstützt von MonFootball und StartSelect. Denkt dran, Packstien kann süchtig machen. SBCs ist ein großes Thema. Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, beziehungsweise in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten damit beschäftigen, ob es wirklich sich lohnt, bestimmte SBCs zu machen. Dabei werde ich immer wieder darauf eingehen, welche SBCs ich gemacht habe. Ihr seht im Hintergrund, was ich für die Spieler bezahlt habe. Und im Endeffekt sehen wir dann auch die Packs, die wir ziehen werden, plus Verkäufe. Bestimmte Regeln, die ich übernehme von meinem Hauptaccount, beziehungsweise von meinem RTG-Account bis hin zu dieser SBC oder zu diesem Account. Bevor wir aber richtig rein starten, nochmal ein ganz kurzer Real Talk aus der Süd, oben in der Süd. Ganz einfaches Prinzip. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass viele in den letzten Tagen relativ viel Kritik gehegt haben, dass mein Content relativ langweilig ist, dass ich nicht so viele Ideen habe, was ich bringen sollte, etc. pp. Erstmal vielen, vielen Dank. Kritik, gerade wie ihr sie geschrieben habt, an diejenigen, die es gemacht haben, ist völlig in Ordnung. Habe ich auch hingenommen und ihr wisst oder ihr seht vielleicht auch deswegen, dass ich mir die Meinungen sehr, sehr zu Herzen nehme. Als allererstes für diejenigen, die vielleicht die Kommentare geschrieben haben, die vielleicht den Kommentaren auch zugestimmt haben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, unten in den Kommentaren mal reinzuschreiben, was wollt ihr denn sehen. Denn im Endeffekt, für diejenigen, die mich auch wahrscheinlich drei, vier Jahre kennen, werden es wissen, dass gerade am Anfang von FIFA, beziehungsweise bis zum Team of the Year, immer so ein Content gekommen ist. Wir haben immer über alles Neues geredet. Wir haben immer über den Markt geredet. Und wenn es drei, vier Mal die Woche war, wir haben SBCs abgeschlossen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich völlig normal gewesen. Im Endeffekt sind wir von der Reichweite viel, viel größer geworden. Und das bedeutet natürlich, dass auch andere Leute eben dazukommen. Gerade diejenigen, die halt im letzten halben Jahr dazugekommen sind, sind es natürlich nicht gewohnt, durch die ganzen Kooperationen, dass so ein Content kommt. Ich kann euch da aber auch absolut verstehen. Und ich möchte da mit meiner Community, mit euch da draußen, einen relativ guten Einklang finden. Weil es bringt mir ja persönlich nichts, wenn ein großer Teil einfach den Content jetzt nicht so gut findet. Beziehungsweise, was ich gut finde, ist, der eine Teil findet den Content gut, der andere vielleicht den Content. Und den Content, der halt gerade fehlt, den würde ich sehr gerne bringen. Deswegen schreibt mal gerne eure Meinungen rein. Nehmt es mir nicht übel. Ich hatte in den letzten Wochen relativ viele private Probleme, die ich auch niemals auf YouTube irgendwie raushauen werde. Was familiär betrifft, was mit meiner Person selber betrifft, nimmt es mir da nicht übel. Die Wochen waren nicht so einfach. Und trotzdem habe ich durchgezogen. Und gerade durch den Doppel-Upload ist es normal, dass auch mal für 10 Minuten ein Video kommt. Zum Beispiel wie heute Morgen, wie man Iconsquops schneller abschließen kann. Denn es hilft vielen dabei. Und ich weiß auch, dass viele vielleicht die Videos anschauen, die vielleicht schon den Überblick haben, die genau wissen, wie sie es machen müssen. Aber ihr dürft nicht vergessen, es sind sehr, sehr viele Leute, die es halt nicht wissen und die es trotzdem interessiert. Trotzdem, vielen, vielen Dank für die Kritik. Kuss geht an jeden Einzelnen raus. Und jetzt wollen wir rein starten. SBC-Account. Ihr seht es schon, wir sind auf einem komplett neuen Account. Ja, kein Spiel ist gespielt und kein Spiel wird auch auf diesem Account gespielt. Wir haben schon 12.219 Münzen. Das heißt nicht, ich habe irgendwelche Münzen transferiert. Nein, macht das bitte nicht. Das ist ein Account, der mit der gleichen E-Mail-Adresse, glaube ich, mit irgendeinem anderen Account zusammenhängt. Ich glaube, mit einem RTG-Account. Und dadurch wäre ich in der Web-App immer wieder dort auch eingeloggt. Und dort habe ich mir immer meine Tagesgeschenke abgeholt. Ob ein paar Münzen es waren, ob es Packs waren, die habe ich halt immer so ein bisschen gezogen. Und ein paar haben wir auch noch übrig. Und da sind dann viele Spielerebene zusammengekommen, die wir auch auf den Transfermarkt stellen. Erste Devise, was wir definitiv machen werden, wir werden so schnell es geht unsere Transferliste voll machen. Egal mit welchen Spielern, egal mit welchen Sachen, mit welchen Objekten etc. pp. Wenn Spieler, und wir gehen davon aus, wir gehen jetzt rein in Bronzespacks. Wenn Bronzespieler 200 Münzen kosten, stellen wir die überteuert für 250 Münzen drauf. Sind die nach einer Woche nicht weg, werde ich sie abstoßen. Machen wir weiter, Silberpacks. Gehen Silberspieler für 200, 300 Münzen weg, stelle ich die für 700 Münzen drauf. Das typische überteuert verkaufen werden wir hier definitiv anwenden. Weil ihr dadurch auch seht, erstens überteuert verkaufen funktioniert. Zweitens, gerade da macht ihr nochmal extrem viele Coins mehr. Also versucht das auch so zu nutzen. Die Tipps, die ich hier gebe, könnt ihr selber für euch mit entscheiden. Wollt ihr sie nutzen oder nicht. Der Rest liegt in eurem Betrachterfeld. Könnt ihr so machen, wie ihr möchtet. Ihr habt es schon gesehen, wir hatten die allerersten Verkäufe schon mit dabei. Die habe ich vor einer Stunde draufgestellt. Habe halt gewartet, was so in einer Stunde weg geht. Es ist sechsmal weggegangen. Das ist völlig in Ordnung. Und wir machen natürlich genauso weiter. Des Weiteren haben wir jetzt hier ein paar Spieler gezogen schon wieder. Und ihr seht es schon, die Silberspieler sind nicht so oft auf dem Markt. Gerade sogar Spieler aus der zweiten spanischen Liga gehen hier für 800 Münzen mit. Weg geht da auf jeden Fall mal nachgucken bei euch in dem Verein. Das ist ganz wichtig, dass ihr euren Verein immer wieder ausmistet. Der kostet jetzt so vielleicht 300 Münzen. Stelle ich aber trotzdem drauf für knapp 700 Münzen. Ich bin der Hoffnung, dass er weggeht. Genauso Verträge kann man auch mal für 200 Münzen draufstellen. Das Wichtigste ist, dass die Spieler oder das, was wir in unserem Verein haben, immer wieder rollende Coins sein könnten. Das bedeutet, immer wieder jede Stunde draufstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Nolan ist hier mit am Start. Im Übrigen auch absoluter Retalk zu Sachen, die ich öfters sage. Jungs, das ist nicht bewusst gewählt. Das ist einfach so in meinem Content drin. Nehmt es mir da bitte nicht übel. Wenn da verschiedene Sachen halt kommen und wenn irgendwelche Beams entstehen, dann ist das halt so. Aber ich mache das nicht mit Absicht. Es ist halt einfach so. Keine Ahnung, wie es kommt. Ist irgendwann mal so passiert. Ich kann es versuchen abzustellen. Wird aber sehr, sehr schwierig werden. Ja. Ja, Torwarttraining. Hechtenstellen wir mal für 200 drauf. Die Trikots. Da bin ich mir relativ unsicher. Wir nehmen sie mal mit, erst mal draufzustellen. Wir brauchen halt viele Sachen, viele Objekte, die wir halt verkaufen können. Den Basis-Icon-Leihspieler-Pack haben wir noch mit am Start. Auch das werden wir nicht benutzen. Die einzigen Spiele, die wir machen werden, sind, wenn wir Loyalitätsglitch-Sachen anwenden. Oh, der Bär ist auch sehr, sehr geiler Icon. Im Übrigen, 5-Stand-Schwacher-Fuß, wichtig. Ja, Loyalitätsglitch werden wir einfach anwenden. Das heißt, kein einziger Sieg wird, denke ich mal, hier dastehen. Wir werden auch nicht mit Squad-Battle-Rewards gehen und und und. Schreibt mir gerne mal rein, welches dieser Trikots sollen wir als Heimtrikot benutzen. Wegen Walkouts. Weiß mal, welche ziehen. Vielleicht ist dieser Account ja nicht so verflucht wie die RTG. beziehungsweise auch wie, ja, der ganz normale Patreon-Account. Gehen wir rein in die Squad-Building-Challenges. Das ist erstmal das Team, was wir bekommen haben. Alles, was wir untrade haben, ist genau hier zu finden. Ihr seht, komplett neu. Ich war noch nie in diesem Ding drin. Aber als allererster sind erstmal Squad-Building-Challenges angesagt. Natürlich wird in den nächsten Tagen, Wochen es weitergehen. Ja, mit sehr, sehr vielen SPCs. Und ich werde auch solche Sachen wie Top-Partien und so weiter machen. Wie oft diese Folge kommt, hängt komplett von EA ab. Wir werden SPCs machen. Ihr werdet sehen, welche wir machen, was wir ziehen werden, gar keine Frage. Aber im Endeffekt kommt es dann drauf an, lohnt sich die SPC. Ich werde natürlich nicht jede SPC machen, weil wenn sich eine SPC nicht lohnt, wieso wollen wir dann, wie kriegen wir dann Gewinn raus? Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht verbinden wir das Ganze noch mit einer Bronze-Pack-Methode. Ich weiß doch nicht, ob wir das hier machen sollten. Vielleicht im späteren Zeitverlauf müssen wir schauen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal weitere SPCs machen. Ihr seht gleich, was wir ausgeben werden, beziehungsweise was wir abgegeben haben. Werden die Packs davon ziehen. Vielleicht noch ein paar SPCs mehr. Werden wir sehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Gehen wir rein in die aller drei ersten SPCs. Erster Austausch, dritter Schritt, zweiter Schritt. Das ist, denke ich, gar nicht mal so schwer. Hat, denke ich mal, jeder auch von euch hinbekommen. Denn die müssen wir übrigens durchgängig machen, wenn wir, ja, überhaupt SPCs machen wollen. Das werden alles Spieler sein, die untradable sind. Denn ich habe noch keine Spieler in irgendeiner Art und Weise gekauft. Machen wir weiter. SPC Nummer 2. Auch relativ simpel. Brauche ich euch, denke ich mal, nicht schreiben. Äh, nicht zeigen. Chris, okay. Geht relativ fix. Ich glaube, auch die Rewards, die wir haben, sind alle untradable. Für die nächsten SPCs, die wir haben. Auch das ist relativ simpel hier gewählt. Ähm, können wir auch noch mal ganz schnell durchgehen. Wie gesagt, alles untradable. Ja, ähm, geht man natürlich ab. Sind die ersten Packs, die wir hier ziehen werden. Die uns natürlich helfen werden, auch ein paar Spieler zu bekommen. Ähm, für die nächsten SPCs. Das ist, denke ich mal, nicht so schwer zu begreifen. Und damit haben wir wieder vier Packs, die wir natürlich ziehen werden. Ähm, wir lassen uns überraschen, Jungs. Wir lassen uns überraschen, was, ähm, ja, beziehungsweise wie weit das Ganze hier gehen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Macht ihr viele SPCs? Habt ihr viel Packlack in SPCs gehabt? Und vor allen Dingen, was denkt ihr? Kann man wirklich damit eine Million machen? Das ist die große Frage, die ich mir ja halt stelle. Und die ich euch zeigen möchte, dass sie wirklich funktioniert. Ja, ich bin extrem gespannt. Und was denkt ihr, wie lange brauchen wir für sowas? Hm, ich gehe davon aus, die erste Million werden wir vielleicht zum Team of the Year haben. Im Endeffekt müssen wir dann halt nur weiterschauen. Lohnt es sich dann noch weiterzumachen? Wollen wir dann weitergehen auf eine zweite Million, auf eine dritte Million? Also wenn wir das schaffen, wäre halt schon ziemlich krass. Ja, im Endeffekt, ja, es kann alles möglich sein. Wenn der Packlack da ist, apropos Packlack, zur Zeit ist ja das Road to the Final zu ziehen. Und ich gehe davon aus, dass gerade viele Folgen immer kommen werden, beziehungsweise auch vorproduziert werden. Jetzt mit den Starter-SPCs und mit den fortgeschrittenen SPCs, die man vielleicht auch während eines Events macht. Dadurch wird halt was vorproduziert und somit haben wir halt die Chance, bessere Spieler zu ziehen. Wenn ihr das so sehen wollt, schreibt mir das gerne rein. Wenn ihr es aber anders sehen wollt, okay, wir kriegen den ersten Schlitz der Icon der SPC Road to Glory. Das wird direkt mal ein Brasilianer, ZOM und das wird Oscar werden. Das ist sehr schön. 83er-SPC, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Sage ich öfters, ich weiß. Schreibt mal gerne rein, wollt ihr das so haben, dass halt solche Sachen halt öfters vorproduziert werden? Ich kann natürlich jetzt nicht jeden Tag die SPC raushauen, als Einzelnes. Ja, das wird einfach nicht möglich sein. Weil dann müssten das immer wieder kleine Videos werden innerhalb von zwei Minuten. Ja, da müssen wir halt schauen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock auf die ganze Sache habt. Wir haben einiges vor uns, ja. Nicht nur der Weg ins Finale kommen SPCs raus. Nein, wir haben auch SPCs zum Beispiel, die noch anstehen wie Basissachen, wie Liegen-SPCs, wo sich Sachen wahrscheinlich lohnen werden. Wir haben die fortgeschrittenen SPCs. Und nicht zu vergessen, wir haben natürlich auch sowas wie zum Beispiel auch POTMs. Vielleicht lohnt sich da der ein oder andere für Packs. Man weiß es ja auch nicht. Des Weiteren haben wir Top-Partien, Top-Momente. Wir haben Champions-League-Sachen und so weiter und so fort. Vielleicht investieren wir auch in sowas immer mal wieder. Müssen wir schauen, ob wir das überhaupt machen wollen. Wollt ihr das überhaupt sehen? Wie gesagt, alle eure Meinungen rein. Genauso, was ihr sehen wollt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Für den ersten kleinen Überblick von der SPC Road to Glory. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Chris und ciao, ciao.